ein moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge hier auf der karte fichtal im projekt 3 versus 100 hp mit mir und die blieben was hatte wie wollen und dem lieben fahrrad ich habe gerade gemerkt wo ich den aufnahmebutton gedrückt habe dass ich die qualität egal was bremst jetzt alle vier paletten passen darauf das heißt wir hatten letztes mal dabei 8 16 16 und da klasse geisterbar 32.000 haben wir schon auf dem hof mal gucken was liegt noch hier hätte noch wie schon gesagt ich hätte noch ein halbes weg gehabt aber das mache ich mir nicht am besten wenn das zu schon lange ich freue mich weil jetzt mit so einem ding einzelner runter kein bock mehr auf diese landet dieser hc irgendwo im wald so das haben wir was können wir heute ansehen so wiese und das ist ja sogar dieses jahr dann wirklich deadline ja jetzt nächstes mal nicht machen bei dir jetzt ja wovon habe ich bei der feldgröße mehr von weizen davon soja wenn wir kommen komm nächstes jahr ein 3 schade auch bis nächster zeit das geld wird nicht weniger die weniger aber ausschauen leute auf richtig geilen schlepperleute kann ich jetzt passen naken kann auch so reinziehen ohne das ist denn doch klar haben wir getestet ja weiß nicht ob das geht dass er rein in die l bekommst die aber ansehen kannst aber was dann passiert wissen wir nicht wird es auch angezeigt dass sie die drinnen sind ja ja also eigentlich würde ich dann fast sagen kommt das aber würde ich jetzt auch sagen aber keine ahnung leiter hat vielleicht da hat man recht vielleicht bringt auf dieser karte noch ein striegel was ich hatte jetzt gerade du kannst hinter dem hinter der drille eine rollen striegel kaufen dann zahlst du 2000 euro mehr aber jetzt weiß ich nicht ob dieser rollen striegel irgendein bewandtnis hat oder ob das einfach nur optisch ist und frage weißt du wem kannst du die frage stellen farby in zukunft zu ich wollte sagen niemanden so die hat ja auf dem karl oder auto 72 muss man jetzt hinfahren also warum müssten dick packs immer aber auch immer 1000 liter auf jeder map ist das wenig aber auf der hier ist es zu viel weil die drille zu klein ist ja ich hätte auch die größte dritte also die das große fassungsvolumen der dritte nehmen können genau das tue ich jetzt auch ich setze jetzt hier den werkstatt trigger und dann wird das umkonfiguriert hast du denn findet amazone d9 4000 mit amazone habe ich 1000 300 öcken wir müssen kurz wir müssen kurz aussteigen und müssen kurz die paletten ziehen weil sonst mache ich einen müll oder 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ich habe vergessen zu entwickeln 13 und 3 sind auf dem hänger 16 stück geht genau auf lote geht genau auf das ist gut das ist jetzt wirklich mal so kann gleich der grober drüber laufen oder weiß dann werden wir ob ein abholen vom feld von den beiden mit dem bündnis leute muss man kann sagen aber es geht mit dem mit der halten gabel kann ich eigentlich machen du kannst kühl oder wie ja ja das wundert mich eigentlich mit meiner hofgröße da so dieses kleine kacke aber bei mir ist ein kuhstall auf dem hof wird es so gut meint ich nein 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 person und Own so noch hunderschönen so der kuch ist auf 2 bei dann 3 miter eine 4 m drülle ich muss noch dieses ganze equipment und so mal tauchen ein hof ist da das gehört gehört zu meinem hof dazu oder ist gar nicht mit dabei und muss das auch bei mir hinstellen weil das gar nicht mehr gehört das gefühl dass das mit dem saatgutverbrauch abhängig der drolle ist ich habe noch 900 letter drin er braucht noch 15 minuten aber bei so viel ist das eigentlich gar nicht das hört sich nur prozentual jetzt viel an weil sie nicht voll war so recht müsste doch anhalten soll dann gleich anfangen leute auf dem fälschchen hier 72 ist angekommen bei mir dann kann der gleich lauter anfangen die hohe ist die wahrscheinlichkeit dass ein kleiner drescher im sonderangebot kommt ja oder ein kipper das gute war also kippe warte schon sehr lange auf das andere map ja ich warte jetzt aber auf der map ja da drauf ich weiß nicht ob ich jetzt einfach sagen okay ich kaufe ein es ist nicht teuer sag ich mal oder es ist eigentlich egal aber immer ärgerlich wie hinter ballenverkauf ob sie ja da egal abladestellen einmal hoch und hinter ballenverkauf jetzt ist einer beim hof angekommen ja das ist sehr gut baby es ist genau doch los hier schlaf doch nicht wo ist es mal kurz mal kurz das geht nicht gut aus dass das schon mal hoch damit mit der gabel sehr gut die fand die denn jetzt sagen du hast das einfach auf dem hof gekippt aus sie oder ja da wo ist fehler er städte die die auch die 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 ... 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 na komm runter leute ganz einfache geschichte so reingeschmissen hier bei vorgewände und reicht ja das ist es rennt da drei felder in einem man muss ein bisschen versetzen dann macht er es nicht auch dann gefahren gerne ja und ich habe bei mir immer eine große große hilfe ja gerne von seinem wunsch gut ältere kurs generieren toll so weil da so fast perfekt die lange brauchte ein pote bei uns so und kuboda ja so hat er vorbeigekommen ja was mein spaß wir uns schlepper bitte mit gern den case kaufen was ist der case von mini dlc der neue der neue der wie heißt der der neue keine ahnung last geschaltet würde in erwägung ziehen dass ich den mp traktor zu eintausche weil der mp check macht ja mucken der mutt gar nicht oder fährt und arbeitet 3,2 stunden also so hier ist ein werk das los einige paletten lassen irgendwie nicht los ich weiß auch nicht dann könnten wir wenn wir jetzt zum beispiel luther ich habe ja ich habe ja was im kopf dann könnten wir wenn wenn wir den jetzt zum beispiel nehmen würden wirklich der case wenn wir verdienen können wir nehmen könnten dann also 5m nehmen oder 5m 5m 5 m dann könnten wir auch und Ricc gel und leider machen weil also könnte der uffr und leider arbeiten auch �ately wir kaufen uns ein bisschen was werden game changer wir haben ja nur gesagt für trecker was wäre der game changer wenn man so mehr lo kaufen würde mit er wieder zu trecker ja ich würde sowieso nicht machen aber sowieso kein drauf ja und tatsächlich im verhältnis wirklich so teuer ist und er hat aber auch keine fronthydraulik das ist auch einige schlepper von uns also mehrheitliche schlepper von uns haben keine fronthydraulik bei mir haben wir haben ja keine und sagt sondern dass bei uns also bei mir wir haben zwei stück keine dritte mit zapfel sogar ich muss ja auch ganz ehrlich sagen bei mir der links der mp track da kostet ja die die fronthydraulik nix oder weil dies ja eigentlich vorbereitet man bei dir ging das nur mit ja beim beim klas habe ich sie nicht genommen weil sie war mir wirklich ganz ehrlich sie war mir zu treu auch nicht abgeben sein du hast dann oder ach ja stimmt wir sind durch meine frage ich würde sagen wenn sie kann das gleich nicht vergessen und dann lassen jetzt mal vorbeischauen und ich sage schau ja 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 ich